Wir sind so unterschiedlich und ich glaube, das hat uns zusammengebracht. Die Handwerksgames sind ein Wettbewerb von Schülern mit dem Ziel Lust machen auf handwerkliche Ausbildung und Handwerksberufe. Ich denke, wenn man die Begeisterung von den Kindern sieht und das tolle Rahmenprogramm, dann ist das einfach genau der richtige Ansatz, um die Kinder mitzunehmen und zeigen, wie vielfältig, wie breit gefächert Handwerk sein kann.